Halleluja, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play The Elder Scrolls Chapter 2 Daggerfall Teil 32... Ja genau, 32 und wir machen uns jetzt auf den Weg zu diesem einen Ort, dessen Name ich schon wieder vergessen habe und zwar Der Viary of Morahog, um den Atronach zu finden. Bevor wir das tatsächlich tun, muss ich noch kurz was machen... Ich muss mich zur Bank... Damit mein Inventar wieder ein bisschen freier ist... Hopp... Banking... So, ich habe mein Inventar 11.000... Dann positioniere ich doch mal... 10.000... Ich habe nicht genug gehört... Äh nein... Ah, ich verstehe... Moment... Ach, ich habe auf solche geklickt... Der Passert... Ach ja, warte ich... Ah, Moment... Was habe ich denn als Gold bei mir? Ach, 6.000 Bloss... Okay... Ich vergaß ja, dass das Spiel ja mit diesem... Lead of Credits System ausgestattet ist... So... Finde... Ich habe es gefunden... Ich habe es gefunden... Hier... Ach... Geht schon flott... Hier... Toll... Schauen wir doch mal... Bevor ich jetzt irgendwas mache... Speich ich hier mal... Oh, da habe ich hier Glück... Keine Gegner im Anfangsbereich... Toll... Ich habe den Räuber gekillt... Ich habe den Räuber gekillt... Okay... Du hast mich gerade mal wieder ein bisschen erschreckt... Was bist du denn...? Ach... Eine Wurzel... Okay. Wtf, fängt schon mal gut an. Wtf. Das ist Spinnen. Wtf, fängt schon mal an. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich finde. Okay, das Viecher hat mich jetzt echt erschreckt. Na, anscheinend ist es kein Raum, der mir so viel bringt. Außer, dass ich erschreckt worden bin. Ich würde versuchen, da hochzuklettern. Hm. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber... ...sehe ich nicht ein. ... ... ... ... ... Ah, fuck the ones. Jetzt sollte ich auch den Wagen wählen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will mich noch mal umsehen, hier geht es weiter nach oben, wie ich folge, hier geht es da rüber, ok. Kann ich hier wieder rein? Nein. Ich kann mich hier vielleicht wieder rein klippen, nein. Gut zu wissen, aber... Ne, das ist ganz praktisch, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Kann ich aber von hier unten aus wieder weg? Ja, könnte ich. Dann weiß ich doch, was ich schonmal mache. Ich lade und... Ja, genau. Slow Fall, das glaube ich. Warte mal. Slow Falling war es, genau. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hempf, oh, da ist immer noch ein Einzelhelm. zu heben. Ich nehme mich hier mal kurz um. Ich komme mir nach oben drauf. Ich komme nach unten raus. Ich mache mir den Kopf. Ich habe mich auch an den Kopfhörtern. Und du hast es um den Kopfhörtern. Ich habe nur noch die Körner raus. Und du hast es im Kopfhörtern. Ach, das war die Sacktür. Hm, sehr gut. Ok, das sind keine mitten in den Bahnen Gegenstände. Aber ich sehe schon einen großen Vorteil, wenn ich mehr Teile am Stück aufnehme, dass ich den Überblick habe und mich nicht erst neu orientieren muss. Zwischen den Aufnahmesessions. Ah, genau. Jetzt kann ich nicht von unten her den Weg nach oben. Das war nicht genau das, was ich wollte. Und tot. Geschafft. Toll. Das war nicht. 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 Ich habe nicht mehr die Dämpfe. Ich habe nicht mehr die Dämpfe. Ok, hier ist schon mal nichts, glaube ich zumindest, nein, ok. Ok, hier ist schon mal etwas, glaube ich. Kann ich hier hinein, okay? Ja, es hat Vorteile sich zu halten, dass man kalt ist. Hä? Ich bitte nicht, äh, ich bitte nicht, mich bitte neben Geräusch entschuldigen. Es ist gerade ein Fußballspiel am Laufen und ja, meine Mittelwohner stehen, eher auf Fußball wege ich, deswegen, ui, was besser, Fußball oder Dungeon Crawling? Dungeon Crawling natürlich. Schauen wir mal. Dungeon Crawling. Dungeon Crawling. Darf ich. Das sieht jetzt nicht so super aus. Aber hey, besser wie nix. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, das ist schon mal kein Ort, wie ich sage, okay, da war ich schon mal. Moment mal. Ah, ich verstehe, wo ich bin. Cool. Genau, von da kam ich her. Ach, so ist das schon mal, was es hier schönes gibt. Ein komplett anderes Gebäudekomplex. Hm. Schauen wir mal. Alter. 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 Okay, hier ist niemand. Moment mal. Ein Topf voll Gold. Super 7 Goldstücke. Dann rufe ich dich und nehme dich und dich mit. Ein Topf voll Gold. Super 7 Goldstücke. Ein Topf voll 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 Goldstücke. Moment, warte mal. Ich bin jetzt oben rum und bin jetzt hier rausgekommen, wo ich schon war. Hm, lustig. Wird doch gut. Ja. Hey, das ist ein Gegner in der Nähe. Genau, da würde ich mich um das hier kümmern. Aber was uns hier an dieser Stelle in diesem neuen Tunnelsystem erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat gefallen und wenn ja dann bitte das nächste Video einschalten. Bis dann.